So ein Männerabend, das ist so eine tolle Sache. Das ist schon fast buddhistisch. Da muss man einfach sagen, für so ein Männerabend, du brauchst ja auch nicht viel. Was brauchst du für ein Männerabend? Ein paar Kumpels, kiste Bier in den Grill. Fertig aus. So ein Männerabend, das ist wie so ein Reisebus, wo du die Bremsen ausgebaut hast. Du weißt nicht, wo du ankommst, aber bis dahin ist es schön. Die Voraussetzungen, du brauchst doch gar nicht viel. Intellektueller Anspruch, Tiefgang, Niveau, Toleranz. Haben wir an so einem Abend nicht zu suchen.